Heyo, Freunde! Willkommen zu Faker Minecraft Haus! Ne, wir ändern das. Minecraft Steinzeit! Wir sind hier drin so gut, also wir haben letztens nicht aufgenommen. Guck mal, wie gut wir sind. Wir haben Kohle, wir haben das, wir haben Fackel. Guck mal, das können wir alles machen, aber das machen wir nicht. Erstens, das haben wir schon. Hm, Baumwerbung ist aber Pornier. Okay, Leute. Nein, das will ich nicht. Ich hab schon Steinschwert, aber erst nutze ich die schlechten Sachen. Nein, okay, Leute. Ich hoffe, es ist morgens geworden. Es regnet und es ist abends. Wir können noch nicht dahin gehen. Ich glaube, dass wir das dann so machen müssen. Ja, ja. Das kann wohl möglich sein. Aber wir sollen hier unten sowas finden. Sowas Gemeines. Fackelabam! Oh. Gleicher Knopf, sorry. Bam. Hä? Oh. Okay. Bam. Dann noch eine Fackel hin. So. Da war, glaube ich, nichts. Haben wir noch. Ja, irgendwo Kohle. Ich will mehr Eisen, aber das kann einfach mal aus der Baulzeit. Okay, habt ihr verstanden? Okay. Okay, habt ihr verstanden? Okay. 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 Kommt damit ich was koaf. bitte. Oh, sorry. Zwei Stein Schwerter, oh, zwei Stein Spitzarken und ein Holzschwert. Was kann man denn noch haben? Mit dem Schwert kann man... Kann man mit dem Schwert... Könnt ihr mal bitte in die... Also wenn der Experten von Minecraft sagt... Könnt ihr in die Kommentare schreiben... Womit man Eisen abbaut. Und damit Eisen... Also Eisenblöcke abbaut... Und Eisen bekommt... Eisen... Ok Eisen muss man sich erst... Oh nein... Craften... Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben... Was ihr... Euch... Wünscht zu... Also ein Video... Zum Beispiel Roblox hat man lange nicht... Läuft... Nur weil Enza die Steinzeit hat... Nur weil Enza die Steinzeit hat... Und Deckel auf... Und Deckel ab... Und Deckel zu... Und Deckel ab... Deckel zu... Deckel auf... 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 ��de... Und... Auf... Auf... Euerst... Oder... Ist das Kohle? Was ist das? Kohle. Was ist das? Kohleblock. Achso, brauche ich. Alles, was weiß, das kann man haben. Okay, Leute, wir gehen jetzt auf die Jagd von Monstern und Leben und Töd und weiße... Was weiß ich? Lass mich doch mal in Ruhe. Wir haben alles verloren, was wir hatten. Jetzt warte ich bis... Ich konnte nicht mein Steinschwert einnutzen. Deswegen habe ich alles verloren, was ich hatte. Leute, Leute, Leute. Jetzt brennt jeder und alles ab. Okay, Leute, ich glaube, das war's mit diesem Video. Ich finde, das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video. Ich weiß nicht, das war's. Oh, mein... Blöde Skelett Mein armes Haus wartet auf mich Und ich weiß nicht mehr, wo mein Haus ist Leute, ich glaube, wir haben es verloren Für immer und ewig Nein, haben wir nicht Das war bei den Kühen Ab vorbei Ja, das ist so viel Fleisch Oh, hier liegt ja alles Hier sind noch mehr Reste Hier ist noch mehr Reste Dummerweise war ich einfach zu schlecht dafür. Wow, was heißt hier dummerweise? Ich war einfach zu schlecht dafür. Skelette sind für mich noch zu schlecht zu besiegen. Also zu stark für mich. Ich brauch einfach ein Dach. So, mein Lieber. Auch wenn du nicht lieb bist. So, mein Lieber. So, so, so. Okay, aber ich glaube, alle von euch sind lieb. Oh, wie zumindest. Sonst wird euch ein Fluch angreifen. Ein so großer Fluch. Dass euch nichts passieren wird. Ein Fluch wird euch erwischen. Und euch alle töten. Nein, wieder nicht. Und es gibt da keine Flüche. Oder irgendwie sowas. Und dann, wie soll ich denn noch rein? Nein. Nein, das hat sogar keinen Sinn. Und abbauen, 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 abbauen. Brauch ich nicht. Tschüss. Und meine Hausdecke ist zu. Und meine Hausdecke ist zu. Wir können nicht sehen. Ah. Ist doch mal viel. Besser. Nachbarsche. Nachbarsche. Okay, Leute. Das war's nicht mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Hau da rein, Leute. Warte. Ah ja. Ihr solltet in die Kommentare schreiben, wie wir Eisen abbauen. Also diese Eisenblöcke. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hau da rein, Leute. Wartet. Wartet. Oh nein. Oh nein. Haut rein. Ey, wir können noch draußen schauen. Okay, das ist dann. Okay. Hau da rein, Leute. Oh, sorry. Tschüss. Tschüss.